Hallo zusammen, heute erkläre ich euch den Sinus und Kosinus am Einheitsgeist, bevor ihr ein bisschen Vorwissen. Wenn wir ein rechtwinkliges Dreik haben, dann ist die Seite, die diesem rechten Winkel gegenüber liegt, die Hypotenuse. Die Seite, die diesem Winkel hier anliegt, ist die Ankathete und die Seite, die diesem Winkel gegenüber liegt, ist die Genkathete. Der Sinus war immer Genkathete durch Hypotenuse, also Sinus von Alpha ist Genkathete durch Hypotenuse und der Kosinus von Alpha ist Ankathete durch Hypotenuse. Der Kosinus von diesem Winkel Alpha ist also Ankathete durch Hypotenuse. Und das brauchen wir jetzt. Jetzt zeichnen wir nämlich einen Einheitsgeist. Der Einheitsgeist ist ein Geist um den Ursprung O mit Radius R gleich eine Längeneinheit. Schaut wie folgt aus. Hier um den Ursprung mit Radius einer Längeneinheit. Zeichne ich hier mein Dreieck von Gerade eben ein, sodass ein Punkt auf dem Einheitsgeist liegt und es ist weiterhin ein rechtwinkliges Dreieck. Diese Seite nenne ich jetzt x, da sie ja die x-Koordinate entlang geht. Diese Seite ist dementsprechend y. Der Punkt hat also die Koordinate x, y. Die Hypotenuse hier ist ganz einfach. Beim Einheitsgeist ist sie ja der Radius. Das heißt, jeder Punkt auf dem Einheitsgeist ist vom Mittelpunkt genau eine Längeneinheit entfernt. Das war ja vorgegeben. Schaue ich mir hier den Sinus an. Für die Genkathete setze ich jetzt hier y ein und für die Hypotenuse den Wert 1. y durch 1 ist ganz kurz gesagt einfach nur y. Das heißt, mein Sinus von Alpha ist das gleiche wie y. Bedeutet, hier für y kann ich auch Sinus Alpha hinschreiben. Schaue ich mir den Kosinus an. Die Ankathete ist hier x durch die Hypotenuse. Die hat wieder die Länge 1 und x durch 1 ist einfach nur x. Das heißt, der Kosinus von Alpha ist hier x. Bedeutet, anstatt x schaue ich jetzt Kosinus Alpha hin. Ein Punkt hat ja die x- und die y-Koordinate. x-Koordinate ist also Kosinus Alpha, y-Koordinate ist Sinus Alpha. Das bedeutet, wenn ich den Winkel Alpha kenne, kann ich jeden Punkt hier auf dem Einheitsgeist berechnen, indem ich Kosinus von Alpha und Sinus von Alpha berechne. Machen wir dazu Beispiel. Wir sagen, wir haben hier Alpha 43,16 Grad. Das heißt, ich berechne einmal den Kosinus von 43,16 Grad und einmal den Sinus. Wenn ich das mache, erhalte ich die Werte 0,73 und 0,68. Wenn wir mal vergleichen, das haut auch hin. 0,73, hier ist 0,5, hier ist 1. Das hier ist genauso in der Mitte, also bei 0,73. Und dann gehe ich hier 0,68 nach oben und komme zu diesem Punkt. Hier ist 0,5, hier ist 1, das hier ist 0,68. Zweites Beispiel. Hier habe ich den Winkel Alpha 153,8 Grad. Dann entsteht dieses Dreieck. Ich setze wieder ein. Ich berechne also Kosinus von 153,8 Grad und den Sinus davon. Und damit erhalte ich die Werte minus 0,9. Wenn wir mal schauen, wir gehen auf der X-Achse minus 0,9 nach links und 0,44. Wir gehen auf der Y-Achse 0,44 nach oben. Hier ist 0,5. Also ich kann mit dem Alpha dann nicht den Punkt berechnen, indem ich diese Formel hierher nehme. Schauen wir nochmal dieses Dreieck an. Wenn ich dieses an der Y-Achse spiegle, entsteht dieses Dreieck. Dieser Winkel und dieser Winkel müssen gleich groß sein, dass er eine Achsenspiegelung ist. Das heißt, dieser Winkel ist auch Alpha. Und diese Seite ist genauso lang wie diese Seite. Also beides Mal habe ich hier Sinus Alpha. So, dieses Dreieck entsteht aber auch, wenn ich von hier anfange zu drehen, und zwar einen Winkel, der bis hierhin geht. Und dieser lila Winkel ist 180 Grad minus Alpha. Nämlich 180 Grad würde bis hierhin gehen. Ziehe ich Alpha ab, dann bleibt eben dieser Winkel übrig. Was bedeutet das jetzt? Mein Sinus Alpha, diese Länge hier, bekomme ich jedes Mal raus, egal ob ich den Sinus von Alpha hier nehme, oder den Sinus von 180 Grad minus Alpha. Beides Mal entsteht diese Strecke hier. Und das ist auch wichtig zu merken. Der Sinus von 180 Grad minus Alpha, also dieses Dreieck hier, dann entsteht diese Strecke, ist eben das gleiche wie der Sinus von Alpha. Dieses Dreieck hier, dann entsteht auch diese Strecke. Und das Ganze hier nennt man Supplementbeziehung. Es gibt aber noch eine zweite Supplementbeziehung. Schauen wir uns nämlich mal den Kosinus an. Diese grüne Strecke und diese hier sind gleich lang. Allerdings ist diese Strecke jetzt im negativen Bereich. Das heißt, das ist nicht Kosinus Alpha, sondern minus Kosinus Alpha, das hier in den negativen Bereich geht. Das bedeutet jetzt, wenn ich 180 Grad minus Alpha habe und davon den Kosinus bilde, also die Ankathete, dann entsteht der Minus Kosinus von Alpha. Also Kosinus von 180 Grad minus Alpha ist das gleiche wie Minus Kosinus von Alpha. Wir müssen noch etwas Wichtiges wissen. Jetzt spiegele ich dieses Dreieck an der x-Achse, dann entsteht dieses Dreieck hier. Dieses Dreieck bekomme ich aber auch raus, indem ich hier Alpha jetzt im Uhrzeigersinn drehe. Das heißt, verkehrt rum, also ist dieser Winkel nicht Alpha, sondern Minus Alpha, der ja im Uhrzeigersinn und nicht gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Diese blaue Strecke hier ist genauso lang wie diese, allerdings geht sie jetzt in den negativen Bereich. Hier sind ja die negativen Zahlen, also ist das Minus Sinus Alpha. Das bedeutet jetzt, der Sinus von Minus Alpha, wenn ich das habe, entsteht Minus Sinus Alpha. Also bei negativen Winkelmaßen Sinus von Minus Alpha ist das gleiche wie Minus Sinus von Alpha. Schauen wir uns jetzt den Kosinus an. Was passiert, wenn ich Minus Alpha habe? Der Kosinus bleibt. Der ist genauso lang und genauso positiv. Das heißt, Kosinus von Minus Alpha, dann entsteht der Kosinus von Alpha. Also Kosinus von einem negativen Winkel ist das gleiche wie der Kosinus von diesem Winkel. Mit diesem Wissen hier können wir jetzt Beispiele machen. Erstes Beispiel, Sinus von Alpha soll 0,4 sein. Wir möchten Alpha berechnen. Das heißt, der Sinus muss verschwinden. Das bekomme ich raus, indem ich auf beiden Zahlen Sinus hoch Minus 1 rechne. Ich gebe also in den Taschenrechner ein, Sinus hoch Minus 1 von 0,4. Da kommt gerundet 23,58 Grad raus. Das ist jetzt Alpha 1. Warum Alpha 1? Weil es ja zwei Alpha-Werte gibt. Mein zweiter Wert ist 180 Grad minus den berechneten Alpha. Das heißt, ich rechne jetzt noch für Alpha 2 180 Grad minus diesen berechneten Alpha. und das ist 156,42 Grad. Das sind also beide Werte, die in Frage kommen. Beispiel B. Kosinus von Alpha ist gleich 0,9. Wir möchten wieder Alpha berechnen. Das heißt, der Kosinus muss verschwinden. Dazu rechne ich Kosinus hoch Minus 1 von 0,9. Das ergibt ca. 25,84 Grad. Jetzt habe ich hier Alpha 1, denn es gibt ja einen 2 in Alpha. Ich weiß, der Kosinus von Alpha ist das gleiche wie der Kosinus von Minus Alpha. Dort ist Alpha und Minus Alpha brauche ich. Ich setze hier einfach ein Minus davor. Der zweite Winkel ist also minus 25,84. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit. Schauen wir uns nochmal die Zeichnung an. Hier habe ich meinen Minus Alpha. Ich kann also hier im Uhrzeigersinn drehen. Dann komme ich dieses Dreieck raus. Dieses Dreieck erhalte ich aber auch, wenn ich von hier starte, ganz normal drehe, gegen den Uhrzeigersinn, 360 Grad und Minus Alpha wieder abziehe, dann bleibe ich auch hier an dieser Stelle stehen. Das heißt, ich kann auch rechnen, 360 Grad minus mein Alpha, was ich ja hier berechnet habe, und damit erhalte ich hier 334,16 Grad. Das bedeutet, ich kann entweder von hier 334,16 Grad drehen, bis ich hier ankomme. Dann habe ich hier dieses Dreieck. Oder ich beginne von hier und drehe jetzt minus 25,84, also im Uhrzeigersinn, komme auch auf dieses Dreieck. Das wäre auch nochmal eine Supplementbeziehung. Wichtig allerdings auch hier zwei Lösungen, diese und diese, beziehungsweise diese und diese Lösung. Letztes Beispiel. Sinus von Alpha plus 25 Grad soll 0,7 ergeben. Nächster Schritt wieder, der Sinus soll verschwinden auf der linken Seite. Ich rechne also Sinus hoch minus 1 von 0,7 und erhalte circa 44,43 Grad. Und links die Klammer, also Alpha plus 25 Grad bleibt übrig. Aber wieder aufpassen, es gibt zwei Werte. Sinus von Alpha oder Sinus von 180 Grad minus Alpha. Alpha ist also hier 44,43 Grad. Das heißt, die zweite Möglichkeit ist 180 Grad minus 44,43 Grad. Linke Seite bleibt bei Banken. Das kann ich hier erstmal zusammenfassen. Das kann ich zusammenrechnen und erhalte diesen Winkel. Und jetzt bei beiden möchte ich die 25 Grad von der linken Seite auf die rechte Seite bringen. Bei beiden steht ja das gleiche Plus, also rechne ich das Gegenteil. Auf beiden Seiten minus 25 Grad. 44,43 Grad minus 25 Grad ergibt hier 19,43 Grad. Und 135,57 Grad minus 25 Grad ergibt hier 110,57 Grad. Und das sind die beiden Lösungen. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald. Musik 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 Musik